Hier sehen wir noch Aufnahmen vom 21. Dezember 2023 in Bad Doberan. Etwa 100 Traktoren fuhren in einem Korso von Reddelich in die Münsterstadt. Landwirte legen deutschlandweit immer wieder den Verkehr lahm. Das war aber noch gar nichts zu dem, was für Montag, den 8. Januar geplant ist. Verkehrschaos, alles dicht. Für die Autobahnen Mecklenburg-Vorpommerns wird sogar ein Verkehrsstillstand erwartet. Der Deutsche Bauernverband hat eine ganze Aktionswoche angekündigt. Der Landesbauernverband MV hat für Montag zu einer landesweiten Protestaktion aufgerufen. Präsident Detlef Korek hält das für unumgänglich und dringend nötig. Hier in Mecklenburg-Vorpommern wird das beginnen, indem wir am 8. Januar morgens ab 6 Uhr bis 9 Uhr sämtliche Autobahnabfahrten dicht machen. Damit ein Zeichen setzen an die Bevölkerung, an die Bundesregierung. Wir Bauern Mainz ernst. Solidarisch teilnehmen werden auch viele Unternehmer wie zum Beispiel Ärzte, Bauern, Gastronomen oder Zimmermänner. Von der Blockade betroffen sind die Autobahnen A14, A19, A20 und A24. Die Landwirte protestieren vor allem gegen die Sparpläne der Bundesregierung nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Viele Bauern sehen ihre Existenz bedroht. Es wird sich auf die Herstellungskosten auswirken. Wir können als Landwirtschaft die Kosten nicht 1 zu 1 umlegen. Das werden die Betriebe tragen müssen. Das wird unsere Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Maßstab innerhalb der Europäischen Union erheblich einschränken. In anderen Ländern ist es durchaus gang und gäbe, dass Agrardiesel vergünstigt wird, beziehungsweise sogar Heizöl gefahren werden darf und ähnliche Sachen, beziehungsweise sogar ganz steuerbefreit ist. Also hier ist ein Wettbewerbsnachbar für deutsche Landwirte im europäischen Konzert. Und davon haben wir einige in der letzten Zeit wegstecken müssen, aber das ist eben das Maß zu viel. Die Proteste bleiben allerdings nicht ungehört. Die Ampelkoalition nimmt wegen des Ausmaßes von den Plänen zu Kürzungen von Subventionen für Landwirte jetzt teilweise wieder Abstand. Wie die Bundesregierung mitteilt, soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben. Die Abschaffung der Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel werde zwar vollzogen, aber nicht in einem einzigen Schritt. Was halten die Landwirte davon? Gar nichts. Wir haben gefordert die hundertprozentige Rücknahme der Maßnahmen und darauf setzen wir, darauf warten wir. Das heißt, Sie werden trotzdem protestieren, genauso wie es geplant ist. Wir sind fest entschlossen, unsere Maßnahmen durchzusetzen, solange bis unsere Forderung eins zu eins erfüllt ist. Detlef Kurek betont auch, die Proteste finden auf Grundlage der Verfassung der Bundesrepublik statt. Gesetze werden nach dem Versammlungsrecht eingehalten. Ob hier der Straftatbestand der Nötigung nach § 240 StGB greift, sei mal dahingestellt. Am Rande gab es auch Meldungen, dass extreme Randgruppen den Protest für ihre Anliegen vereinnahmen wollen. Davon ist Präsident Detlef Kurek aber nichts bekannt. Geht die Bundesregierung nicht auf die Forderung der hundertprozentigen Rücknahme der Maßnahmen ein, soll am 15. Januar eine Großdemo in Berlin stattfinden. Die ist schon angemeldet. Die ist schon an, die Stelle am Vehikel capaz hat. Bis dann, am Runde300. Wir sehen uns nie eben, wie es, wie es, wie es, wie man sieht, wie er in Deutschland schete, wie es dort hin. Schlüsselđ gest晚 Smalous für ihre Anliegen global vercemos. Wir sehen uns ja, wir sehen uns, wie es sieht, wie es aussieht. Dr. Wolfgang Spống-ning overstiert Táft-ning ist hier auf dem simplyen Versammondu spielt. Und diese wurden von Gü Often genannt bis nicht selbstständig ber promove mole historical Gerätتzen,